Mein Name ist Norbert Heisterkamp und ich spiele in den Zwergenfilmen den Zwerg Ralfi und habe in dem Film Der siebte Zwerg dem Ralfi die Stimme geliehen. Super, siebter Zwerg, beschreib doch mal den Film in einem Satz. Ein tolles Abenteuer. Klingt vielversprechend. Was war denn für dich das Abenteuer an dem dritten Teil jetzt? Für mich war das Abenteuer eigentlich schon, dass viele Märchen eigentlich auch drin vorkommen und die Abenteuer selber aus der Sicht von Ralfi war natürlich die Schlittenfahrt. Die ist bombastisch. Habt ihr den Film schon gesehen? Leider noch nicht. Schönen Tag noch, ne? Oh, willst du uns wieder so schnell gucken? Nein, nein, ich bin ja nicht so. Aber wir müssen euch angucken, der ist gut. Machen wir auf jeden Fall. Das ist jetzt der dritte Teil. Was unterscheidet den dritten Teil von den anderen beiden? Der erste Teil war ein Realfilm, der zweite Teil war ein Realfilm und der dritte ist Comic in 3D. Animationsfilm. Ja, die Animationsfilme sind in Deutschland ziemlich in der Kritik. Wie stehst du dazu? Ich finde sie gut. Jetzt muss ich dabei sagen, ich bin auch ein Comic-Fan. Ich habe früher Tom und Jerry, das war Pflicht. Ich habe die Mickey Mouse Hefte gelesen, die Comic-Hefte und Gespensterhefte gehabt, das habe ich gelesen. Und Tim und Struppi habe ich. Und wenn man überlegt, dass auch Steven Spielberg diese Tim und Struppi vor Film gemacht hat und dass er auch ein großer Comic-Fan ist. Ich bin auch Comic-Fan und von daher finde ich die Filme einfach toll und auch unterhaltsam, auch mit dieser tollen Musik dabei. Wenn natürlich jemand von seiner Grundeinstellung her Comics jetzt überhaupt nicht mag, dann muss ich auch nicht mit dem über Animationsfilme oder so diskutieren. Das ist einfach so. Ja, das ist richtig. Und weder mag man sie oder man mag sie nicht und ich finde sie einfach toll. Und gerade für Kinder, die können abtauchen in einer Märchenwelt und können die Abenteuer miterleben. Das ist ja schon schön. Ich habe das früher mit meinen Kindern, wenn ich Comics geguckt habe, dann war das auch für mich immer so, zum Beispiel Susi und Strolch oder so diese Geschichten. Dann habe ich bei meinen Töchtern gesehen, die Augen leuchten und wenn Strolch dann verliebt war in Susi, dann waren meine Töchter auch verliebt. Und das ist einfach klasse. Und das mag ich an diesen Filmen. Man kann wirklich noch tiefer abtauchen. Die Comics, finde ich meiner Seite, sind auch noch was, die man in zehn Jahren gucken kann. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Ich gucke mir ja auch die Alben noch an Tom und Jerry. Wie lange gibt es die schon? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Die hat ja vor kurzem Geburtstag gefeiert, glaube ich. Ja. Wie stehst du denn zu Marvel und DC oder ist das für dich dann kein Thema? Ja, finde ich auch. Aber ich bin mehr so, mehr so diese Geschichten, so diese märchenhaften Sachen. Das ist Marvel, das ist Action, obwohl ich ja Action auch sehr mag. Gerade Actionfilme, ich komme ja auch selber aus dem Actionbereich. Ich habe ja viele Jahre, bevor ich halt die Schauspielerei gemacht habe, habe ich ja als Thumbman gearbeitet. So, das macht man mit 52 nicht mehr so. Und von daher, es kommt drauf an, welcher Film das ist. Okay. Sonntag war die Weltpremiere des Films. Wie hast du die Reaktion der Zuschauer auf den Film wahrgenommen? Ich habe mich erst mal sehr gefreut, weil das Publikum so gut drauf war und die haben den Film so gut angenommen. Also ich war wirklich, ja man kann sagen, auch ein bisschen überrascht, dass das so gut angenommen wird. Die Leute haben zwischendurch applaudiert und finde ich gut. Jetzt mal abwarten, wie er jetzt wirklich läuft. Und ich hoffe, dass viele Leute ohne Vorurteil reingehen in den Film und einfach mal sagen, du, das ist ein Familienfilm, wir gehen mit unseren Kindern mal rein und gucken uns den Film an und lassen das einfach mal sacken, bevor man im Vorfeld schon sagt, ach ja, 3D. Und weil du ja schon gesagt hast, das ist ein bisschen, 3D ist ein bisschen, wie sagte es so vorhin, nicht vorrufen, aber nicht so angesehen, sagen wir es mal so. Aber ich finde, das ist wirklich ein Familienfilm und man soll sich einfach mal bewieseln lassen und sich mal keine Sorgen machen, einfach sich ins Kino setzen und diesen Film und diese Musik genießen. Das ist einfach so. Wie schwierig war denn die Synchronisationsarbeit für dich? Ich kenne das Synchronisieren halt nur aus den verschiedenen Filmen, die ich gemacht habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tatort gedreht habe oder einen Actionfilm, wo wir dann irgendwo im Bahnhof gedreht haben oder irgendetwas, dann passten die Töne oftmals nicht, dann musste das nachsynchronisiert werden. Das war aber nicht in dem großen Stil wie jetzt beim siebten Zwerg. Beim siebten Zwerg war das auch das erste Mal für mich, dass ich das so gemacht habe und das war schon eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Man hat dann so viele Takes und man nimmt ja jeden einzelnen Atmer oder jedes Wort, nimmt man ja auf und das muss natürlich dann auch in der richtigen Stimmung und in der richtigen Sequenz gesagt werden. Und bei mir ist es so, dass ich ja mehr vom Spielen komme. War es dann auch so, dass der Regisseur bei mir dann auch teilweise sagte, du Norbert, wenn du synchronisierst, bleib doch bitte in der Nähe des Mikros. Weil ich dann doch angefangen habe zu spielen und habe ich mein Schwer gezogen und du merkst, bin ich dann schon halt weg vom Mikro. Und er hat mich dann des Öfteren darauf hingewiesen, doch am Mikro zu bleiben. Das ist ja akustisch auch viel besser. Ja. Okay, wie du ja jetzt schon sagtest, dass du dann eher Schauspieler und so, wenn du auch Synchronisation machst. War es jetzt für dich einfacher, das selber zu spielen oder halt die Synchronisation zu machen? Ja, wie vorhin schon gesagt, für mich war es auch mal eine Herausforderung, das zu synchronisieren. Und ohne mein Spiel am Mikro hätte ich es, glaube ich, auch nicht so hinbekommen. Sondern ich brauche die Bewegung schon, ich brauche das Spiel schon. Das heißt, wenn wir jetzt den Berg hochwandern oder so, ich kann jetzt nicht einfach mich stumpf vom Mikro setzen. So, sondern ich muss schon, ich muss aber ganz schön steil hier, mein lieber Mann. So, die Bewegung und das, das brauche ich schon. Also so ein bisschen spielen muss ich, um reinzukommen in die Szene halt. Okay, ich habe gesehen, du bist auch in der Motorenwelt unterwegs. Sprich, du hast da mehr Fähigkeiten für Autos und sowas. Kennst du die Bochumma, also diese Bochumma-Tuning-Szene? Eine Tuning-Szene eigentlich weniger, weil ich, ich sage mal so mit 52, jetzt nur mit getunten Autos, das ist schon ein paar Jahre her. Aber die habe ich auch gefahren. Und vom Seat Cupra Air mit gemachtem Motor mit über 300 PS und sowas. Also ich habe die Sachen schon, die habe ich hinter mir. Jetzt, aber schnelle Autos, die liebe ich einfach. Das ist, ist, ist wirklich so. Ich habe selbst welche und auch gerade auch Motorräder mit, mit über 200 PS. Und das ist für mich auch so, auch so eine Auszeit. Wenn ich dann mal auf die Autobahn gehe und sage so, jetzt kann ich da mal richtig am Hahn drehen. Und dann habe ich kein Handy dabei und dann geht das Visier runter und dann kann ich einfach mal fahren. Das ist für mich auch so entspannend. Dann noch eine Frage. Du bist bei der Aktion Fit4Kids bei? Ja, das habe ich ins Leben gerufen. Fit4Kids habe ich ins Leben gerufen. Das ist jetzt, glaube ich, das achte Jahr schon, dass wir das, dass wir das machen. Und mir war es wichtig, dass Kinder auch Sport treiben. Und das war damals mit dem Atlantis Bad Dorsten habe ich das ins Leben gerufen. Die wollten mich haben für eine Autogrammstunde. Dann habe ich gesagt, lass uns doch mal für Kinder vernünftig was machen. Und mittlerweile ist das so, dass das auch von den Krankenkassen unterstützt wird. Auch gerade in erster Linie, die mit mir da zusammenarbeitet, ist auch die Technikerkrankenkasse. Die unterstützen das. Und das finde ich super gut. Und wenn man das manchmal sieht, dass ein zwölfjähriger Junge, ich habe einen zwölfjährigen Jungen gehabt, ich mache die Kurse also mit. Und ich bin aber nicht der, der sagt so, ja, guck mal hier, ich mache jetzt zehn Liegestützen, sondern wenn die kleinen Kinder oder die sechs, siebenjährigen jetzt sagen so, die machen jetzt fünf Liegestützen, dann mache ich drei. Dann gehen die nach Hause und sagen, Mama, der Norbert hat das nicht geschafft, aber ich. So, das ist, du weißt, was ich meine. Motivation. Und wie gesagt, auch noch zurückzukommen mit den Krankenkassen, ich finde das toll, dass sie uns da unterstützen. Und ich habe das mal in einem Kurs gehabt, da war ein Junge, der war zwölf Jahre alt, zwölf Jahre alt, konnte kein Fahrrad fahren. Der kann einen Laptop, ein Handy und noch einen Toaster und kann noch eine Suppe kochen dabei, dass ich das alles mache, aber kann kein Fahrrad fahren. So, und da habe ich gesagt, nee, da muss was passieren. Und das habe ich dann, wie gesagt, Feed for Kids ins Leben gerufen und das läuft ganz gut. Und das werde ich auch, solange ich das machen kann, werde ich das auch unterstützen und auch mitmachen. Ja, super, schönes Schlusswort. Und bedanke ich mich recht herzlich fürs Interview und noch viel Spaß heute Abend. Sehr gerne, Dankeschön. Super. Welches ist denn? Welches ist denn? Ich gucke mich nicht, aber noch mal kurz. Nee, ich bin nicht.